Flugschanze bleibt! Recht auf Stadt für alle! Flugschanze bleibt! Vergisst man natürlich auch bei dem ganzen Chaos. Auf einmal ist alles dunkel... Befreude! Komm her! Geh da weg da! Geh da weg da! Geh links, weiter! Dann kam die Durchsage. Sie haben den Anweisungen der Polizei nicht Folge geleistet. Die Polizei wird jetzt räumen! Die hatten sich angekettet. Oh Scheiße! Ich sollte denen doch Wasser bringen! Der Generator! Herzlich willkommen liebe HörerInnen zu unserem Live-Hörspiel Was verrät die Unperson? Am 30. November um 19 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sechs Jahre lang hat sie für das LKA unter falscher Identität ermittelt, Liebesbeziehungen geführt und sogar eine Radiosendung moderiert. Aber was macht das mit denjenigen, die observiert wurden? Wie weit kann man sich überhaupt über den Weg trauen? Was richten die Zweifel selbst an? Und was verrät die Unperson? Nein! So schaute die Unterschiede. Ich gehe nach dieser Stimme. Das ist also eine Stimme. Wolle zu sehen! Wie ist die Stimme? In der Flasendung? So, ich gehe jetzt noch von einigen. Und dann kann ich die Stimme geben! In der Flasendung verpassen! Ich habe auch die Stimme! Vielen Dank.